Das Cortez von Coleman ist ein einfach aufzubauendes Tunnelzelt. Perfekt für Kurztrips oder wenn Sie Ihren Standort unterwegs häufig wechseln. Das Cortez hat eine Konstruktion aus drei Gestängebögen, die schnell aufzubauen ist, damit Sie mehr Zeit zum Entspannen und Genießen haben. Die Gestaltung des Zeltinnenraumes nutzt den vorhandenen Platz optimal und bietet einen großen Schlafbereich sowie genügend Platz, um Ihre Campingausrüstung, Schuhe und Taschen zu lagern. Eine stabile Struktur und leichte, aber dennoch starke Fiberglasstangen sorgen dafür, dass das Cortez auch stärkerem Wind standhalten kann. Das strapazierfähige Außenzelt aus Polyester verfügt über eine Wassersäule von 2000 Millimetern und abgeklebte Nähte, um sie auch bei schlechtem Wetter zu schützen. Der Schlafbereich im Inneren besteht aus atmungsaktivem Polyester und Netz, wodurch effektive Ventilation gewährleistet ist und Insekten draußen gehalten werden. Das Material des Zeltes ist feuerabweisend für zusätzliche Sicherheit. Für zusätzliche Belüftung bietet das Cortez anpassbare Ventilationsöffnungen, die einfach geöffnet und geschlossen werden können. Das Cortez verfügt über zwei Eingänge im Wohnbereich, die leichten Zugang nach außen ermöglichen und darüber hinaus maximalen Komfort beim Aufbau gewährleisten. Mehrere praktische Taschen erleichtern die Organisation kleiner Gegenstände am Campingplatz und der Haken an der Decke garantiert, dass die Beleuchtung immer in greifbarer Nähe ist. Das Cortez kann dank der einfachen dreipoligen Tunnelkonstruktion in etwa zehn Minuten schnell aufgebaut werden. Legen Sie das Außenzelt aus und befestigen Sie lose die beiden Ecken an der Rückseite mit Heringen. Entnehmen Sie das Zelt aus der Tasche und montieren Sie die farblich gekennzeichneten Fiberglasgestänge. Schieben Sie die Stangen durch die entsprechenden farblich gekennzeichneten Netzkanäle. Stecken Sie den ersten Stift in das Stangenende, formen Sie den Dachbogen und stecken Sie auch den anderen Stift in das Gestängeende. Befestigen Sie nun das hintere Abspannseil mit einem Hering im Boden und arbeiten Sie sich von der Rückseite zur Vorderseite des Zeltes mit den weiteren Gestängen vor. Befestigen Sie die Vorderseite des Zeltes zur Sicherung mit Heringen und beachten Sie für maximale Stabilität einen Winkel von 45 Grad. Bringen Sie den Schlafbereich unter Nutzung der farblich gekennzeichneten Knebel zur Hilfe bei der Positionierung an. Das Cortez von Coleman, der ideale Campingbegleiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020